Ich bin auf unserer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Oh, ich hab gar nicht angebrochen. Ist ja gut. Nein, ich ja gut. Hey du. Ja, wie das ist zu weit entfernt? Komm mal her. Oh, das ist auch aufs Maul. Wo im Karton? Oh, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Weiß im Knie an. Uh, yeah. Die auch weg. Weg, alle weg. Alle weg. Die sagen aber, oh yeah. Ich weiß nicht, von welchem Wessler das kommt. Hello. Ich denke da die ganze Zeit drüber nach, welcher Wessler das ist. Ich bin's. 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 Kette, Lieder, Stoff. Ja, das wäre super. Fort mit mir. Was ist noch eine Quitz? Was ist hier noch für eine Quitz? Ehrenwache. Elite, wer möchte, dass ihr zwölf unerschüttete Fußsoldaten, Zauberer und Ritter tötet? Machen wir. Du, ihr, alles. Dark Pura. Aha, 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 aha. Ich muss mir die euren Würmer töten, ne? Ich hab Würmer. Hey, du. Die waren mal richtig schlimm, die Würmer. Damals. Das bisschen neu war. Da hat man ganz schön auf die Fresse gekriegt, war? Ganz schön hier, behalte ich. Da, Burger. Oh. Puh, 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 puh. Hallo. Müssen wir denn die töten? No. Ja, wir töten wir den auch. Wenn's weiter nichts ist. Das ist ja ein Kinderspiel. Komm, fall um. Schadum, 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 fall um. Wie wollen wir immer da hinten auch ziehen? Bei der Horde? Ist der ja eigentlich, ne? Könnt ihr mal gucken? Äh, wenn du die hier angezeigt hast, naja, gut. Ich brauche ein Ziel. Wurm. Noch ein Wurm. Hey, bleib doch mal stehen. Wurm. Wurm. So. Iiiiih. Ah, komm. Das können wir eigentlich die ganzen Instanzen nochmal von vorne machen, weil wir die ganzen Quests jetzt anbauen können. Naja. Erstmal brauchen wir Würmer. Große Würmer, böse Würmer. Ich hab Würmer. Hey. Bock mich nicht an. Dann bock ich zurück. So. Da, 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 da. Geh weg. Oh, Schwein. Ah, wenn ich hier auf dem Mount sitze, dann werde ich nicht zurückgeschleudern. Faszinierend. Achso. Dann können wir die Quests erstmal wegbringen. Delete, delete, delete. So. So. Yo. Geht, ne? Ähm. Oh. War das gleich viel. Tü-dü-t. Ähm. Dann machen wir erstmal die Quest hier. Und dann gehen wir hier zu den Kupp-Kupp-Linz. Kubo-Linz. Kubo-Linzen. So, so, so. Ja, genau. Komm mal her. Wow. Da fällt's da um. Da fällt sie einfach um. No. Nimm mal auf das Pferdchen. Nimm mal feste Truf. Na komm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Nimm mal feste Ruhe im Karton. Da ist der Kommandant. Brauchen wir noch nicht. Brauchen wir den noch. Wir brauchen noch ein paar Soldaten. Immer auf die Füße. Na gut. Dann fliegen wir mal hier hin. Hier haben wir noch ein paar. Wollen den. Marge hier an. Na komm. Fall um. Fall um. Du Mob. Noch die Krieger. Raider. Die heißen hier gar nicht mehr Raider. Die heißen hier ist ja Twix. Sonst ändert sich nix. Ich frage mich ja, warum die Raider in Twix umbelandt haben. Haben die Leute Probleme wieder mit Raider auszusprechen, oder was? Oder war das wegen kleinen Kindern? Mama, Mama, ich will Raider. Die Mama hat sich dann immer noch gefragt, was ist mein Ticke? Sonja, was meinst du mit Raider? Oder gab es Probleme mit Night Raider? Ich bin außer Reichweite. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon stark. Die haben wie viele Lebenspunkte? 2.900. Ich habe 14.000. Selbst wenn ich nicht so vom Level wäre... ...hätte ich vielleicht 10.000. Selbst das wäre dann 7.000 mal... ...1.000 Midpoints mehr. Und die machen jetzt ja nicht viel Damage. Ich würde sagen, da hat Blizzard das vielleicht ein bisschen falsch skaliert. So, wir hier das Buch mit. Ha. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Wer brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch drei Zauberer. Unverschämte. Äh, unerschütterliche. Äh, unerschütterlicht. Und ver... ...verunterschüt... Ja. Zauberer. Äh, unerschütterlicher. Ich verschütter dich. Was? Ach du. Geht doch weg. Dir will doch keiner spielen. Zu dir kommen wir später. Du bist noch nicht dran. Ah. So. So. Und dann brauchen wir noch... ...vier... ...Fußsoldaten. Die, 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 die. Die werden wir hier anstatt zusammenkriegen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Ja, komm. So. Haben wir das? Achso, wir sollen hier noch Julius rechnen. Ja, Julius. 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 Ju, 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 sie, zu, ju. Ah, fliegen wir da rüber. Oh, da und den bösen Mann. Fliegen wir da rüber. Und nehm schon mal hier die Quest an. Und zwei kleinen Coplins. Ja. Ja, ich red doch mit dir. Schrei als Quark an Lufthans. Quark. Lufthans Quark. So. Hey du, komm mal her. Ja, kommt schon. Voll doch einfach. Das war ja nur ein Kegel nach vorne, ne? Das erklärt natürlich, warum die auch hinter mir nicht umfallen. Ah, ja. Da kommt mal um. Wie viel kann ich da nicht bereit? Was sind die denn so hart? Ich hätte nicht zu glauben. Oh, nur eins. Zwei. Was ist ja nicht zu glauben? Ich glaub ja jetzt nicht. Aua. Ich habe immer wieder eine Ich habe einen K vorn. Oh! Ich habe einen K 3. Krass. Ich habe einen K 2. Dann haben wir die nächsten zwei immer so weiter. Immer heiter, weiter. Geh. 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 Ah. Da fällt er um. Da fällt er so aus den Latschen. Doch. Warum denn? Lässt sich gar nichts auf. Geh. Ah. Oh. Geh. Schuppe mich doch nicht immer unten. Mann. Geh. Oh. Geh. Geh. Wie viele haben wir denn jetzt? Vier, ne? Ach ja. So. Kopf aufstützen. Dann drücken X. Dann drücken O. Dann zwei. Eins. Dann mal F. Noch mal F. Noch mal F. Noch mal F. Dann das E. Dann das. Das ist total spannend. Manche Quests sind echt spannend. Ah. Da ist äh. Da ist äh. Kommen wir auch mit? Sehr gut. Sehr gut. Ach komm wir zählen mal auf hier rum zu spinnen. Ja. Dann fahr einfach mal oben. Dann fahr einfach mal oben. Dann fahr einfach mal auf hier. Oh. 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 Oh mein Gott. Ein Schatschen ist unfair. Warte, denn da hinten ist noch einer gefunden. Ach da. Hey du, guck mal her. Ui. Genau. Hörterhalten. Mit Ui. Hier ist keine Ui. Oh, ich loo. Oh, ey. Oh, da war Nummer 9. Gleich haben wir es geschafft. Quest ist gleich durch. Ich würde ja irgendwas spannendes erzählen, aber... Hier fällt... Bei diesen spannenden Tätigkeit absolut nichts ein. So. Boah, was für eine blöde Quest. Was für eine blöde Quest. Was für eine blöde Quest. So. So. Was für eine blöde Quest. So. Was für eine blöde Quest. Ich würde ja auch... So.